Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr habt es wahrscheinlich zu Anfang gemerkt, mein Intro ist nicht mehr da. Also warum ist mein Intro eigentlich nicht mehr da? Weil ganz einfach, mein Intro hat plötzlich urheberrechtlich geschützte Musik. Und deswegen kann ich es im Moment nicht benutzen. Ich muss mir da mal was einfallen lassen. Da ich es aber nicht selber gemacht habe, müsste ich denjenigen bitten, mir da eine andere Musik reinzumixen in diese Szene. Oder aber ich muss selber dafür sorgen, dass da mal eine andere reinkommt. Vielleicht habt ihr ja einen Vorschlag oder so. Keine Ahnung, was jetzt dazu passen würde. Aber deswegen benutze ich es im Moment nicht, weil ich sofort dann von YouTube eine Nachricht bekomme, dass ich gegen ein Urheberrecht verstoßen habe. Da passiert erstmal nichts oder so. Ich kriege da keinen Strike oder was auch immer. Man kann das Video dann letztendlich nur nicht monetarisieren. Oder man teilt sich, glaube ich, die Einkünfte irgendwie. Das ist ein ganz komisches Verfahren. Aber ihr habt es am Titel gesehen. Wir wollen heute ein bisschen auf Rathaus 8 ein wenig. Ja, wir suchen eigentlich die beste Rathaus 8 Armee. Kommt ja immer mal wieder vor, bei mir auch in den Streams, dass Leute reinkommen und sehen, oh, der macht gerade einen Rathaus 8 oder der hat vielleicht gar nicht so hohe Accounts. Kann ja sein, dass ich gerade auf irgendeinen kleineren Account rumfliege. Und dann kommt sehr, sehr häufig halt eigentlich die Frage, was ist denn die beste Rathaus 8 Armee? Ganz klar, es gibt die beste Rathaus 8 Armee nicht. Es gibt höchstens die Armee, mit der ihr ganz gut angreifen könnt. So will ich es mal sagen. So ist es zumindest bei mir. Es gibt ja auch bei mir Truppen, die nutze ich im Rathaus 8 Bereich so gut wie gar nicht. Also will ich mal so sagen, so gut wie gar nicht. Oh, wir haben was live auf unserer Seite. Ich quatsche einfach mal weiter. Und deswegen kann man das nie sagen, was ist jetzt die beste Armee? Sind das Drachen? Ist das ein Go-Vibe? Oder ist das ein Go-Hog? Oder irgendwas vielleicht sogar mit den Walküren? Das ist ja zum Beispiel so eine Truppe. Ach komm ey, Druckwelle. Ist das jetzt dein Ernst oder was? Sag mal, jedes Mal, wenn ich hier irgendwie was im Free-to-Play-Kam mache, dann sehe ich hier einen Neuner, der hier einen Elfer macht. Äh, der hier einen Siebener macht. Sag mal, ticken die nicht richtig oder was? Okay, äh, ja, irgendwie hat das Konsequenzen. Ey, das... Ach, naja, gut, wir lassen es mal laufen. Wir lassen das mal laufen. Was willst du machen? Was willst du machen? Ähm, ja, ohne Worte. Ihr hört das gerade. Ich bin irgendwie gerade so ein bisschen fassungslos, weil der Krieg geht hier noch über 13 Stunden. Und so ein bisschen haben wir uns da, glaube ich, jetzt teilweise reingeoutet, dass wir sagen, ab Stunde zwölf, äh, sind die Bases frei, auch wenn irgendwelche Leute sich meinen, ähm, hier 18 Stunden Bases zu blocken oder so. Und dann vielleicht sich wundern, dass sie nicht angreifen können oder haben keinen ordentlichen Gegner mehr, weil alles schon weg ist. Aber Druckwelle musste das jetzt sein, die 24. Ich weiß, dass ich selber noch mit meinen Achtern beide Angriffe habe, beziehungsweise mit Lela noch einen Angriff und mit Frey, äh, ja, und mit Frey noch zwei Angriffe. Aber, äh, Leute, das... Äh, 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 äh... Ich will da jetzt nicht zu sagen, ich reiße jetzt einen Chat auf und, äh, muss, glaube ich, mal ein ernstes Wort mit Druckwelle reden. Ach, komm, ey. Äh, Mann, naja. Äh, das blende ich euch aber aus, das blende ich euch jetzt nicht ein. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, naja, egal. Ähm, ein, ein... Hier ist ein Platz frei, Hallöchen, hier ist ein Platz frei in dem Clan. Äh, wir waren ja stehen geblieben bei den Rathaus-Neun-Angriffen. Ich hab jetzt, ähm, wo hatte ich denn eigentlich angegriffen? Lass mal gerade gucken. Mit der besten Armee, hier, mit der besten Armee. Also, ich hab mir mit der Lela einen Go-Vibe ausgesucht gehabt, auf diese Vase hier. Denn im Moment ist das, ähm, neben den Drachen für mich die optimalste Armee. Ihr seht hier kurz mal die Clanburg gelockt. Äh, das kann man einfach machen. Ich schmeiß dann immer einfach ein Gift, so ein bisschen proaktiv. Und da laufen die Truppen dann schon irgendwie rein. Ähm, ja, nicht, nicht ganz optimal, aber es war, es war schon ganz in Ordnung so. Und, ähm, das ist im Moment für mich, zumindest neben den Drachen, für mich jetzt die effektivste Armee, die ich habe. Ähm, weil ich auch auf einige Basis, so Drachen, da habe ich keinen Bock drauf. Muss ich einfach mal sagen. Da habe ich keinen Bock drauf. Da kämpfe ich hier lieber mit so ein paar ordentlichen Bodentruppen. Und, die dann, ähm, die sich dann durch die Base hier fressen. Ihr seht das hier, das geht bei Rathaus 8 eigentlich ganz gut. Und die Defensive ist ja auch noch nicht so gut. Ich meine, ich habe meine Päcker jetzt auf 3. Das ist eigentlich schon mal so ein kleiner Grundstein, dass man die hoch hat. Die Golems werden sicherlich noch ein bisschen dauern. Aber die haben ja auch schon einigermaßen nette Trefferpunkte und können da schon einiges ab. Ihr seht das hier, mit 2 Wut und 1 Heil nehme ich immer mit. Kann man auch ein bisschen anders machen. Ähm, ist aber für mich so ein bisschen so eine Kombi, hier unten gerade jetzt auf Ecke, die Masse der Truppen nochmal schön durchzuheilen, damit die jetzt den Rest hier machen. Aber, wie gesagt, diese Base war jetzt auch noch keine Max Rathaus 8. Das darf man aber nie verkennen. Die Truppen können hier auch blöde laufen. Aber hier, ihr seht es jetzt schon so ein bisschen, die Hälfte der Base ist ja weg. Das Design ist auch für so eine Truppe auch sehr, sehr gut gemacht. Die können hier einfach so die Bahnen entlang laufen und machen hier ein Gebäude, egal ob das jetzt ein Ressourcengebäude ist oder ein Verteidigungsgebäude, nach dem nächsten und können so ein bisschen, ja, wie gesagt, die können einfach so ein bisschen die Bahnen ablaufen, bis sie dann irgendwann wieder innen landen. Und ich fand es ganz schick und ich greife damit auch ganz gerne an. Also GoVibe ist in jedem Fall immer eine Option. Auch wenn man sich sagt, okay, wenn ich jetzt nur 2 hole, weil die Base zu schwer ist, kann man das ja auch machen. Am Ende nur noch die Lager und das Rathaus. Und dann war es das hier. Ich glaube, ich hatte sogar an die Ecken so ein bisschen gedacht. Ja, ich hatte an die Ecken auch gedacht, dass jetzt auch die letzte Ecke da hinten, die Bauhütte auf 3 Uhr, dann verschwindet. Und ihr seht das hier. Hier sind, ich glaube, hier habe ich, ich habe nicht einen einzigen, habe ich einen, doch, ich glaube, ich habe einen Päcker, habe ich verloren. Ich hatte ja drei selber mit und einen in der Clanburg. Da brauche ich dann auch nicht so eine High-End-Truppe. Aber ich glaube, das sind drei, oder? Habe ich doch einen verloren? Okay, dann habe ich doch einen verloren. Aber so kann man es machen. Schöner GoVibe, das ist auch so ein kleiner Armeevorschlag hier. Auch mit dem Päcker, den kann man sich natürlich ein bisschen höher spenden. Den habe ich mir jetzt selber in die Clanburg getan, hier vom Frye. Der hat den halt auch erst auf drei, weil er ja auch ein Rathaus 8 ist. Aber so kann man es machen. Ihr solltet auf jeden Fall Cleanup nicht vergessen. und mal ins Wicke gucken, wie viele Mauerbrecher brauche ich für eine Mauer XY. Ich schleppe ja immer ganz gerne viel mit, aber hier habe ich tatsächlich diesmal nur vier benutzt. Ich glaube, drei hätten auch gereicht. Okay, aber es sieht noch ganz gut aus hier. Aber Sie sehen, 13 Stunden, 25. Mann, Mann, Mann. Naja, ich werde ihn gleich wieder einladen. Ist egal. Ja, ich kann jetzt zu Ostern auch kein Unmensch sein. Okay, wir verballern mal eben diese Truppe hier, weil ich möchte jetzt gleich auch nochmal hier im Klangkrieg angreifen mit der besten Truppe von Rathaus 8. Für mich. Nicht für jedermann, aber für mich. Und ich bin hier so weit durch eigentlich mit dem Account. Ich könnte noch ein bisschen Dunkles gebrauchen, also dunkles Elixier. Denn ich habe noch ein, zwei Forschungen zu machen, bevor auch der Account hier auf Rathaus 9 geht. Und ich habe natürlich unendlich viele Mauern zu machen. Die sind gar nicht mehr so teuer. Das heißt, die werden jetzt ziemlich schnell gehen. Da bin ich ganz, ganz zuversichtlich. Und, oder jetzt gut, 2750. Ah, alles klar, mal gucken. Der Feger steht natürlich cool. Okay, gegen den Feger, Leute, braucht er nicht angreifen. Das ist ein Ding, jetzt, ich will nicht sagen, der Unmöglichkeit, außer man blitzt ihn weg. Das mache ich auch, das mache ich auch ab und zu mal. Dann blitze ich einfach den Feger weg. Kann man auch machen. Ist aber, glaube ich, nicht so eine ganz gängige Taktik hier. Und deswegen nehmen wir diese Base hier mal ein bisschen breitflächig in Angriff. Und könnten eigentlich hier schon mal unseren King setzen. Ich setze jetzt hier schon mal meine Clanburg. Das sind jetzt auch nicht so die High-End-Loons da drin. Das kann man natürlich anders machen, indem man sich andere Accounts hier reinholt. Aber mal sehen, ob wir nicht wenigstens bis zum dunklen Lager kommen. Das sieht da noch ganz gut aus. Wir nehmen die Loons hier nochmal mit in Wut rein. Selten, dass meine Loons so weit überhaupt überleben. Oh, jetzt gehen die da erst auf die... Die gehen erst auf die... Ah, jetzt werden sie doch weggepustet. Okay. Sehr ärgerlich. Aber ihr seht das hier. Dann hast du irgendwie null Chance, da noch effektiv ranzukommen. Der pustet jetzt meine ganzen Drachen nach außen. Toto ist auch gut, ne? Greift nicht gegen den Feger an. Und was macht er? Boom. Jetzt geht der Feger erst weg. Und jetzt ist aber auch schon knapp die Hälfte der Bär ist weg. Und meine Drachen werden jetzt leider nur noch außen rum fliegen. Und 2000 Dunkles werden hier einfach mal stehen bleiben. Ich schieße dir recht, Toto. Wenn du es schon angreifst und das so erklärst, dann solltest du auch so machen. So funktioniert das nämlich nicht. Können die da... Oh, einer fliegt nochmal rein, aber der hat jetzt auch Lager vor sich. Noch... Oh, das ist noch einer. Ne, das sind zwei. Das sind sogar zwei Drachen da. Ich sehe da vier Flügel, aber die Luftabwehr ist jetzt mächtig stark. Und noch eine Luftmine. Okay, das war es dann. Der Drachen wird jetzt gleich eh auf den King erstmal gehen. Oder geht er jetzt aufs Lager? Oh, der pustet doch noch einmal, zweimal, dreimal. Ah, dreimal hat er doch noch gepustet. Okay. Jetzt haben wir nur die Hälfte mitgenommen. Naja, was willst du machen? Vorführeffekt, oder? Vorführeffekt. Dann würde ich sagen... Ich baue die aber nochmal nach. Das ist meine nächste Armee hier. Da brauche ich allerdings jetzt erstmal ein paar Truppen dazu. Und zwar... Was nehmen wir denn eigentlich mit? Bola oder ein Päcker? Bola... Wir machen das mal so. Bola oder... Walküren. Weil wir die ja kaum benutzen. Walküren Gift. Weil wir die kaum benutzen. Mal sehen, was ich hier jetzt reinbekomme. Und dann lade ich Druckwelle jetzt erstmal wieder ein. Damit wir jetzt über Ostern uns keine Freundinnen machen. Na ja, okay. Ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt. Er ist wieder im Clan. Aber trotzdem, man muss selber mal einen Blick so ein bisschen auf die Karte werfen. Ja, wir haben hier unten vielleicht ein bisschen was auf. Oder was offen. Die 24 war vermutlich offen. Das heißt, dort war wahrscheinlich nur ein Stern drauf. Aber dennoch guckt man dann einfach doch mal in mein Team rein. Und guckt, wer kann denn alles noch unten so angreifen. Und ihr seht das hier. Wir haben noch ohne Ende Rathaus 7 Angriffe auch. Ich glaube, Bruno ist auch noch Rathaus 7. Lass mal gerade gucken. Ja, das sind alles noch 7. Na hier, Eddie ist ein guter Angreifer. Ist allerdings auch schon 8. Aber auch gerade so 8, oder? Ja, geht schon. Aber trotzdem, bei Eddie würde es dann schon losgehen. Mikro Button hat noch offen. Brüso hat noch offen. Und, und, und. Lela hat auch noch einen. Den hätten wir ja irgendwie wieder zugekriegt, oder? Jetzt fehlt uns da oben natürlich ein Rathaus 9 Angreifer. Wobei wir hier oben auch noch andere Angreifer haben. Die jetzt irgendwo mal auf grün sind ohne Helden. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr prickelnd. Wenn du gar keine Helden am Start hast und bist trotzdem grün. Weil die Vize und auch der Anführer, die überprüfen hier nicht vor jedem CK. Hat denn auch jeder hier alle Helden dabei? Hat sich vielleicht jemand versehentlich noch auf grün stehen lassen nach der Liga? Oder wollte er nicht lieber Helden machen? Dann sollte man doch tunlichst. Nicht so tun, als wenn man hier der Reißer ist. Auch ohne, auch ohne Helden. Und ihr seht ja, was da oben bei rausgekommen ist. Nix. Okay, mal sehen, ob das jetzt bei mir was wird. Ich bin mal gespannt mit der besten Truppe hier auf Rathaus 8. Also mit einer meiner Lieblingstruppen. Ich habe jetzt mal ein paar Valkyren mit. Ich warte jetzt nicht hier 100 Stunden und ich logge hier auch keine riesen Accounts von mir ein. Nur damit die Leute hier Max-Truppen bekommen. Oder auch ich nicht. Ich nehme immer das, was ich kriegen kann. Das ist vielleicht nicht immer das Optimalste, aber ich kann damit arbeiten. Okay. Was wollen wir hier machen? Wir wollen hier erstmal die Clanbook locken. Und zwar auf diese Flanke hier, dass wir den nervigen King nicht haben. Das machen wir wie folgt, indem wir jetzt einfach reingehen und angreifen. Würde ich mal so sagen. Ja, machen wir mal. 22 Hockrider können eigentlich nicht lügen. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir die Clanbook überhaupt gelockt bekommen. Ja, okay. Ein Ballon und schon mal eine Falle ausgelöst. Ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Und dann können wir die jetzt hier hinlocken. Der geht natürlich jetzt ein bisschen komisch, der Goli. Okay. Aber ist egal. Wir müssen hier in jedem Fall den Drachen auch ein bisschen in Gift kriegen. So, ein paar Mauerbrecher dazu. Oh, die sind nach außen gegangen. Da sehe ich gerade. Alter Falter. Okay, da muss ich jetzt, glaube ich, noch einen Drachen mit dazu setzen. Und damit das hier nicht ganz so ein Fail wird. Oh, das wird aber ein ganzer Fail hier. Scheiße, nee. Okay, da muss ich jetzt alle Register ziehen hier. Da muss jetzt wirklich alle Register ziehen. Um das noch zu retten hier. Komm, Magier, mach den Drachen da weg. Mach den weg. Nein, er schafft es nicht. Der Drachen fliegt nochmal durch den Gift. Und, stirbt er? Ja, er stirbt. Alter Falter. Alter Falter. Jetzt habe ich natürlich kein Gift mehr für die nervigen Skelette dabei. Eieieieiei. Okay, das ist mal wieder dazu, wie man es nicht machen sollte. Alles klar. Naja, mal gucken. Noch sind wir ja dabei, uns hier durch die Base zu hüppeln. Ich habe jetzt aber auch mal richtig kein Cleanup mehr dabei. Das müssen komplett hier die Hocks erledigen. Und das werden die auch nicht schaffen. Die Skelette nerven einfach viel zu stark. Und jetzt sind auch meine ganzen Hockrider weg, oder? Ah, nee, doch noch nicht. Okay, aber da hinten ist noch zweimal Flächenschaden auf. Das schaffen wir nie. Das schaffen wir leider nicht. Okay, also doch nicht die beste Truppe der Welt. Am Anfang haben wir ein bisschen Pech gehabt mit dem Drachenlocken, glaube ich. Und jetzt haben wir noch ein bisschen zu viel Defense da. Und die nervigen Skelette, ihr seht das. Ein Hockrider nach dem nächsten geht hier leider down. Und jetzt sind es nur noch drei, vier Stück. Nochmal eine Riesenbombe. Danke dir. Super gemacht. Scheiße. Okay. Na ja, ehrlich. Aber ich lasse das mit drin. Ich hätte euch das jetzt auch rausschneiden können. So nach dem Motto, naja, ich zeige euch nur drei Sterne. Aber das ist ja bei mir auch nicht immer so. Und habe ich jetzt halt ein bisschen Pech gehabt. Aber jetzt wäre eigentlich die Zeit gekommen für Druckwelle, diese Base hier auszubessern. Denn er ist ja immerhin schon ein Neuner. Vielleicht, wenn auch gerade so Rathaus 9. Aber naja, okay. Ist das jetzt die beste Truppe der Welt? Oder war ich jetzt nur ein schlechter Angreifer? Ich glaube, ich war jetzt nur ein schlechter Angreifer. Ist für mich aber nie so schlimm. Ich habe da nie ein Problem mit. Habe ich halt ein Sterne ein bisschen verschätzt da. Und obwohl ich schon elf Magier dabei hatte, ist der Drachen jetzt natürlich nicht auf meinen Golem gegangen. Der Golem lief irgendwie auch absolut quer. Ja, hätte ich vielleicht ein bisschen weiter Richtung 9 Uhr setzen sollen. Naja, ist nicht so schlimm. Brauche ich nochmal nach. Denn obwohl ich das Dunkle eigentlich brauche, aber ich habe ja noch einen zweiten Angriff zu machen. Ich wünsche euch aber in jedem Fall ein gesegnetes Osterfest. Auch wenn das Osterfest dieses Jahr nicht so sein wird, wie ihr es gewohnt seid und auch wie ich es nicht gewohnt bin. Aber ich denke, wir müssen einfach das Beste draus machen. Und deswegen seid nicht zu euren Liebsten. Lasst euch nicht ärgern und haltet euch an das, was wir im Moment eigentlich nicht machen sollen. Hört sich auch ein bisschen doof an, aber es ist leider so. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Ostern. Danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Resht.